Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir zwei neue Items. Einmal den Verband und den Falken. Wir fangen jetzt hier unten rechts mal an mit dem Verband. Gucken uns mal hier die Modelle an. Ich bin ja eher so der Fan von schlichten Sachen, finde ich alles ziemlich cool, muss ich sagen. Oh, den Bogen. Also gefällt mir ziemlich gut, der Verband kriegt von mir 7 von 10, hat bis jetzt noch keine Bewertung. So, dann haben wir den Conti Mode. Müsste mal gucken, oben rechts in der Ecke habe ich mit Sicherheit das Video dazu verlinkt. Weil, da habe ich mal ein Video gemacht mit dem Kompeten. Müsste der Kompeten Spind gewesen sein. Weil das so braucht. Und würde euch ja gerne mal anmachen. Wenn es euch nicht ist. Ich finde auf jeden Fall den Conti Mode ziemlich nice. Und da geht von mir 9 von 10. Der Conti Mode. Das ist hier. Hm. Na. Da. Slick nennt sich das Ding. Und da haben wir momentan, ich muss kurz gucken, dass der auch das Richtige drin hat. Da haben wir. Genau. Slick. 4,06 von 5 bei 18 Votes. Am 11. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen für 3x 79 Reminders. So. Für 500 V-Bucks der Gekonnt Emote. Dann haben wir hier für 1200 V-Bucks blendend. Und blendend finde ich eigentlich ganz okay. Kriegt von mir immerhin mal 6 von 10. Der Dazzle. Und der Dazzle hat hier derzeit 3,89 von 5 bei 36 Votes. 22 Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. So. Dann haben wir den Scorpion. Für 800 V-Bucks. Klassiker für Paradise Palms Spiele. Ja. Kriegt von mir 8 von 10. Der Scorpion. Hier. Oh. Das ist das falsche. Scorpion. Hier haben wir den. Wow. Da haben wir 4,54 von 5 bei 50 Votes. Am 28. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 116 Reminders. Für 800 V-Bucks. Der Scorpion. Wieso geht der nicht weg? So. Dann haben wir die Filet Hacke. Und die Filet Hacke finde ich auch ziemlich nice. Muss ich sagen. Kriegt von mir 7 von 10. Die Filet Hacke. Und da haben wir derzeit 4,04 von 5 bei 26 Votes. Am 19. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Für 800 V-Bucks. Die Filet Hacke. Oh. Wie dieser Bling Bling Herzchen Sternchen. Ich hab den immer gehasst. Inzwischen hab ich mich schon an das Ding gewöhnt. Ich. Ich mach echt verrückt. Ich mach nichts verrücktes Teil. Das vom 7 von 10. So. Wahres Herz. True Heart. Ich mach mich schug das Ding. Ich hab schon weichgespülter. Hier. 4,59 von 5 bei 59 Votes. Votes, 192 Reminders, am 7. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen, der Teil. So, dann haben wir hier den Verge und der Verge, ja, sieht okay aus, kriegt von mir 5 von 10, der Verge und wow, holy, holy Macaroni, da haben wir 4,44 von 5 bei 39 Votes, 61 wir meinen das am 16. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, der Verge, my liver, ja, so den sauberen Schnitt, 5 von 10, 6 von 10, ui, warum so viel, okay, ich finde das Ding jetzt gar nicht so berauschend, der Clean Cut, 4,56 von 5 bei 16 Votes, 18 Reminders, Wahnsinn, für 500 V-Bucks, der Clean Cut, für 800 V-Bucks, Divergenz, 6 von 10 kriegt Divergenz oder 7 von 10, Divergenz, Divergenz, wo ist denn Divergenz, das ist hier, Diverge, Diverge hat hier momentan 4,38 von 5 bei 13 Votes, so, für 800 V-Bucks, dann sind wir da auch schon soweit durch, dann gehen wir hier vorne zu den Kunja, so, jetzt muss ich mal gucken, das ist Kunja, das Teil finde ich eigentlich relativ nice, muss ich sagen, so ein bisschen Manga-Style mäßig, hier hinten auch das Backpack, sieht auch cooler aus, Kunja kriegt von mir 7 von 10, das ist Kuno, und Kuno hat hier 4,34 von 5 bei 32 Votes, am 16. März 2019 das erste Mal drin gewesen, dann haben wir den Kenji, auch der kriegt von mir 7 von 10, der Kenji, und Kenji hat hier derzeit 3,61 von 5 bei 23 Votes, am 16. März 2019 26, für 1500 V-Bucks, der Kenji. Dann haben wir den Schnellschlag, 7 von 10 kriegt der Schnellschlag, und das ist der Quickstrap, der Quickstrap, und der Quickstrap hat hier 4 von 5 bei 9 Votes, 9 Reminders, für 500 V-Bucks der Quickstrap, dann sind wir hier schon soweit durch, und jetzt, jetzt kommen wir zu ihm, zum neuen Hängegleiter, der Fall, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das Ding kultig, oh mein Gott, das sieht ja sowas von geil aus, alter, ist das ein fettes Teil, kann ich mich gar nicht dran satt sehen, Wahnsinn, 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 das finde ich ja mal so mega geil, das Ding, geht von mir 10 von 10, mega geil, der Falke, für 1500 V-Bucks, der Falke, 10 von 10, das ist, das ist unfassbar, das Teil, okay, hier haben wir jetzt momentan 4 von 5 bei einem Vote, nur 8 Reminders, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da oben, schreibt was in den Kommentaren, aber nicht in den Kanal und schalt es sich jetzt mal ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News mit Medi-Man gleich, Wahnsinn, das ist der, mach's gut, bis dann und tschüss.